Ja, moin Leute, willkommen zu unserem neuen Farm-Vlog. Wir sind die Junglandwirte, ich bin Linus und das ist Nelius. Ja, moin Leute, ich hoffe, euch gefällt das Video. Wir sehen uns gleich, Tschüss. Ja, Leute, wir überlegen gerade. Das Feld ist ja schon gegrubbert, aber es gefällt uns noch nicht so von der Konsistenz her, wie wir es jetzt eigentlich haben wollen. Deswegen haben wir überlegt, wir grubbern das nochmal, weil wenn wir es jetzt nochmal pflügen, kommt der ganze Kompost, den wir vor ein paar Wochen runtergepflügt haben. Hier liegt zum Beispiel nochmal was, der kommt dann nur wieder hoch und darauf haben wir keine Lust. Also grubbern wir das jetzt nur eins, zweimal und dann gucken wir mal, ob wir noch irgendwas anderes machen müssen heute. Aber genau, ihr seht jetzt erstmal ein paar Shots, wie wir anbauen und zum Feld fahren. Bis gleich. Ja, Leute, wir haben jetzt ein kleines Problemchen. Der Trecker springt jetzt gerade leider nicht an. Wir haben es gerade schon mehrmals versucht. Und genau, wir wollen euch jetzt dann gleich, wir lassen jetzt erstmal nochmal ein bisschen Ruhe, tanken nach, machen den ja noch ein bisschen sauber und alles ein bisschen ordentlich. Und hier zum Beispiel, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, Koffe. Das hier ist zum Beispiel durchgerissen, ähm, wie auch immer. Aber, ja, man kann zum Beispiel Fett nachspritzen, was wir auf jeden Fall noch machen müssen. Und das seht ihr dann jetzt gleich erstmal. Da zeigen wir euch, wie das Ganze funktioniert. Und dann bis gleich. Ja, Leute, ähm, wir wollen jetzt hier erstmal mit Schläge, wo ich hier anfangen. Und das zeigen wir euch einfach mal, wir haben hier die Fettspritze und die tun wir jetzt hier über diese Nippel, wenn man das gut erkennt kann. Und jetzt, bis da was rauskommt, jetzt ist gut, jetzt ist gut, jetzt ist gut. Nee. Jetzt kommt was raus. Genau, bis dann da was rauskommt. Ich glaube, du hast doch richtig schön dran, oder? Ja. Nee. Jetzt ist noch ein Mikrofon. Perfekt. So, ich hab mal wieder... Sorry. Ähm, jetzt machen wir schon... Machen wir hier... Ist hier noch einer? Oh, nicht. Wo ist hier denn denn der Dünne? Da ist er dran. Da ist er auch. Da kommst du so nicht dran. Wie denn? Wir müssten das eigentlich abmachen. Oh, komm mal. Hier, hier. So, so. Ich weiß nicht, ob man das erkennt. Schon wieder? Das ist ein Rade im Unfall. Ja, doch, das passt. Geht das? Von hier aus. Ich hoffe, er geht jetzt. Ich hoffe, er passt jetzt raus. Also, den hab mal drehen. Ja, wo soll das gehen? So, jetzt sind wir drauf. Und jetzt kommt schon was raus. Das kommt. So. Jetzt machen wir... An der Walze ist auch noch einer. Hier noch irgendwo? Äh, weiß ich gar nicht. Ja, hier hinten, oder? Ja, hier an der Walze. Hier an der Walze ist noch einer. Auf jeder Seite, oder? Ja, auf jeder Seite ist einer. Hier seht ihr den? Wenn man das gut erkennen kann, was ich nicht glaube. Jetzt kommen wir raus. Und dann werdet ihr... Toll. Hier ist hier nicht auch einer? Hier ist noch einer hier unten. Hier war hier nicht auch einer? Den sieht man. Na, ich film mal schön. Und ich auch hier auch wieder die Kamera. Toll, wenn ich das mache. Soll wir doch nicht mal rein? Ja, klar. Oh, wie viel noch? Hä? Oder kommt da gar nichts? Doch, da kommt doch mal. Nimm einmal ab. Guck, ob da was kommt. Nee, kommt nichts. Es stopft, oder was? Zieh nochmal. Geh mal fast. Und wir ziehen. Einmal komm mit dran. Und wir passen nochmal. Ja, es kommt. Es kommt. Nein, kommt es nicht. Ich weiß jetzt nicht, weil wir melden uns gleich. So, hier sind wir jetzt wieder. Wir nehmen jetzt unsere Kleine. Und ja, die geht. Toll. Ah, ne? Ja. Ah, toll. Eingerastet. Soll ich drücken, kommt da halt das ganze Fett raus. Ich glaube, das hatte ich schon mal erklärt, ne? Ja? Ja. Ja, das ist gut möglich. Ist hier einer? Ich glaube, der ist da drunter. Ah ja, hier. Ich seh. Ja, da ist er. Warte. Ja, da sind Leute, wir holen ja jetzt erstmal hier das ganze Zeug drauf. Und hier ist unser Feld. Da ist Poppy. Das Ding ist kaputt. Guck, es ist zu locker unten. Ist das ganze Teil abgerissen? Nee, nur das Teil unten ist so locker. Guck. Ja, das ist zu locker. Hey, wie denn jetzt kann man das nicht mal fetten? Nee, aber da muss sowieso mal Fett rein. Was? Da muss sowieso nichts rein. Aber irgendwann ja schon. Ja, und hier auf der anderen Seite? Na gut, wir sehen uns dann gleich nochmal wieder. Ja, Leute, man hört es. Der Trecker ist an, endlich. Und ich hoffe, ihr versteht mich jetzt ganz gut. Wir wollen jetzt erstmal... Sorry, wir wollen jetzt erstmal den Groban bauen. Wir lassen den Trecker jetzt einmal schnell ran laufen. Aber wollen als erstes Groban bauen. Ja, haben uns überlegt. Wir wollen jetzt Groban bauen. Und das machen wir jetzt erstmal. Bis gleich. Na gut, Freunde. Linus fällt jetzt gerade zum Fell. Und ja, jetzt gibt es erstmal eine Timelapse wie Linus-Rober. Und ja, das seht ihr jetzt. Tschüss. Mit mir nicht mehr. Bis gleich. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank. Ja Leute, wir wollten uns natürlich nochmal fürs Zuschauen bedanken und wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne ein Like und ein Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss!